Hallo und servus liebe Zuschauer. In diesem Video werde ich kurz eine Ankündigung machen. Wie ihr vielleicht schon am Titel sehen konntet, plane ich ein Pokémon Let's Play und zwar mit euch. Ich habe mir überlegt, dass ich euer Lieblings Pokémon nach euch benenne. Das heißt, sobald ich euer Pokémon fange, benenne ich es nach euch bzw. eurem gewählten Spitznamen. Schickt mir einfach eine Nachricht mit Namen oder Spitznamen für euer Wunsch Pokémon und ich werde euch auf eine Liste setzen. Sollten sich mehrere Zuschauer dasselbe Pokémon wünschen, werde ich beachten, wer sich das Pokémon zuerst gewünscht hat. Am besten erreicht ihr mich entweder über Skype, Kontakt in der Videobeschreibung oder einfach direkt in die Kommentare. Die erste Pokémon Edition, die ich Let's Play, wird die gelbe Edition sein. Also das heißt nur Pokémon aus der ersten Generation werden drankommen. Falls ihr Hilfe braucht, um ein Pokémon zu finden oder euch nicht sicher seid, ob es in der ersten Generation das Pokémon schon gab, besucht doch das Poké-Wiki, sozusagen das Wikipedia in Sachen Pokémon. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, ihr werdet mit dem Let's Play Spaß haben. Falls ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche diese dann bestmöglich zu beantworten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Lin16. Bis zum nächsten Mal.